Ich bin tot, deswegen. Jetzt weiß ich hier gar nichts mehr. Willst du mich verarschen? Das Spiel verarscht mich. Wo ist denn jetzt mein Dingsbums da oben? Das untere ist normal schießen. Aber wo ist denn jetzt mit der... Mit der Pappganda? Ich verstehe jetzt gerade gar nichts mehr. Wollte, konnte nicht. Obere Zulspitze, geh mal da hin. Ich bin ja schon da. Ich warte gerade, aber irgendwie... Was soll ich denn jetzt hier machen? Plasmakern ist doch dieses... Blöde. Ich warte jetzt kurz, weil ich muss... Ich weiß echt nicht, was man hier macht. Und wie fandest du die PKs? Ich fand Microsoft sehr interessant. Und den Rest... Äh... Bethesda fand ich cool. Sony hat mich sehr enttäuscht. Auf die habe ich nämlich sehr gewartet. Und sonst, ja... Es war okay. War schon mal besser, aber ja. Sony hat mich aber sehr enttäuscht. Ich habe auf Spiele gewartet. Da wurde nicht ein Trailer gezeigt. Geh mal einen Schritt zurück. Ja. Okay. Hm. Wahrscheinlich die Spitze, oder? Irgendwas mit der Spitze oben? Ich habe keine Ahnung. Ja. Steuer... Das hier, oder was? Produziert die Schrotflinte. Das muss es sein. Ja, das mit der Schrotflinte, glaube ich. Okay. Gerichtetes Ejektionsfeld Missionar. Schießt es dann schnell? Ich habe keine Ahnung. Ich fand Sony PK gut, trotz dass The Last of Us 2 nicht gezeigt wurde. Ja. Die haben sehr wenig gezeigt. Da kam irgendwie kaum was. Das fand ich traurig. Deswegen, so lange wach zu sein. Ja. Es dauert hier gerade ein bisschen. Ich weiß. Ich muss hier... Ist irgendwie vertauscht. Wenn ich jetzt auf dieses drücke, wenn ich immer schieße, dann schießt es die Schrotflinte. Was? Das ist voll durcheinander jetzt. Das ist voll durcheinander. Warum ist denn das so durcheinander jetzt? Ich war da mir enttäuscht, da es nicht zu Rizzi 2 Remake kam. Ja, das kam sehr viel nicht. Last of Us 2 Trailer würde an der Pre-Show von Sony... Ja, aber halt nichts Neues. Leider. Was? Die konische Steuerung muss nach unten. Okay. Warte. Was? Wie soll denn das nach unten gehen? Ich verstehe jetzt gerade gar nichts mehr. Was denn das für eine Scheiße? Ich finde das kacke mit dieser Einstellung hier. So voll unnötig kompliziert. Warum kann man nicht sich einfach Waffen kaufen und fertig? Na gut. Ja, ist schon besser. War ja gerade alles durcheinander. Achso, ich muss ja noch was gucken. Was ablegen. Hallo. Hallo! Du wirst dich da noch rein... Ja, das dauert es aber noch. Irgendwie. Objekte herstellen. Jetzt kann ich noch ein Stase-Pack. Ja, das war's. Mehr kann ich nicht machen. Hier schüttelt ein Haar, was mich nervt. Ich habe jetzt die Schnauze voll weg hier. Schießt trotzdem aber noch nur einen Schuss. Voll doof. Und du, Betrügerin, was mit dir? Du hast mich betrogen. So schnell. Ende der Welt, bla bla bla. Aber Hexe. Plus nachladen. Wäre auch nicht schlecht. So, wo muss ich jetzt hin? Mal kurz hier nach oben. Da war ich, glaube ich, noch gar nicht. Ah, eine Kiste. Versteckt. So. Wo muss ich jetzt hin? Ah ja. Upgrade. Upgrade Lenerik. Und wechsle Anzüge. Auch nicht. Schon wieder irgendein Menü. Zeugenanzug. Erstkontakt. Dead Space Legendenanzug. Upgrade. Zeig mal. Schon wieder Upgrade. Ich kriege die Krise. Kann ich überhaupt irgendwas machen? Ich habe überhaupt nichts. Nein! Aber gut zu wissen, dass wir das ändern können. Anzug wechseln. Mal gucken. Oh, das sieht ja gelb aus. Oh. Okay. Verleiht Schutz bei längeren Aufenthalten im Weltraum. Der Technikeranzug. Einer der ersten Anzüge. Okay. Wenn ich den jetzt... Kann ich den wechseln? Einfach nur mal gucken. Der sah nämlich... Sieht auf dem Bild sehr beeindruckend aus, ne? Wieso kann ich dafür, dass Isaac ein Idiot ist? Ja. Das stimmt. Okay. Sieht doch komisch aus. Okay. Wir hatten jetzt den da oben an, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, ich wechsle jetzt nicht zu irgendeinem Scheiß, ne? Sieht doch ein bisschen komisch aus. Das nächste Mal wechsle ich wieder. Oh, fuck. Ja. Du musst mal nicht mal kaufen? Okay, dann ist gut. Ich liebe sie zu sehr, um sie das tun zu lassen. Du wirst sterben, ja, das weiß ich. Was will sie mit dieser Pfeife? Ne. Nein, ich vergesse gar nichts. Du bist sowas vom Tod, wenn ich dich sehe. Wenn ich ihn sehe, ist ja sowas vom Tod. Das Chaos führt uns wieder zusammen. Kann nichts gegen machen. Äh, ich glaube, du erstreckst dich mehr von den Interaktionen. Mehr als von den... Ja, das irgendwie schon. Weil es einfach so aufploppt und... Scheiß Tür! Ähm... Muss ich hier raus? Anscheinend. Glaube ich. Ja. Ja, sehr wichtig. Ich weiß gar nicht, wo ich hin soll. Aha. Wie komme ich da hin? Das wird auch nichts mehr angezeigt, wo ich hin kann. Äh, ey. Oh Mann, warte doch! Oh, seid ihr unfair! Kleine Saftsäcke hier. Kommt zu, Papi oder Mami. Je nachdem. Navi, geht nicht! Das geht nicht. Ich drück doch die ganze Zeit. So, wie die es mir gezeigt haben im Tutorial, funktioniert das nicht. Geht nicht. Ich drück doch immer auf diese Tassen. Und ich weiß sowieso nicht, wo ich hin soll. Oh nein. Böse, 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 Böse. Stuck doch mal. Wo soll ich hin? Wo soll ich hin? Ah. Nein! Geh! Kleines Schiff. Wo ist denn hier ein kleines Schiff? Hört doch mal auf mit den Minen jetzt hier. Kleines Schiff. Wo ist denn hier ein... Das ist alles sehr groß. Da vorne ist was Kleines. Was ist das da? Oh. Der kuschelt ist immer. Das war süß. Das ist so ein kleines Schiff, ey. Ich hab keine Ahnung. Ich krieg hier keine Weganzeigen. Danke, wenn ich mal gucken will, dass du mich nervst. Mist, Vieh. Geh, sterben. Ja, wollte ich ja gerade. Der hat mich hier gerade aufgehalten. Mist, Vieh. Oh, Killer hat nicht gelogen. Er hat wieder Kinder nachgelegt. Optional? Ziele? Was? Hm. Hm. Ich hab schon diesen Schiffen bewegen können, okay. Aber warum kann ich da nicht... Ich verstehe es nicht. Das Spiel macht mich irgendwie fertig. Ich glaub, Jibia ist wäbeln. Regnet es wieder. Ich kann hier nichts auswählen. Ach, Fiktor, das Spiel. Das ist total durcheinander, irgendwie. Uh. Natürlich muss man es aufschießen. Nur damit die Munition weg ist, ne? Au. Noch nicht, sieht aber so aus. Okay. Du wirst ja sehen. Vielleicht hat sie wieder Wutanfälle. Ich weiß es nicht. Hm. Ich blick hier nicht durch. Mal wieder. Ich bin sehr verpeilt. Soll ich da rüber? Ich glaub nicht. Soll ich da rüber? Ich glaub auch nicht. Ich weiß nicht. Ich hab keine Ahnung. Aber es ist cool, dass man hier mal ein bisschen in Welt herumfliehen kann. Und sich den Müll angucken kann. Hm. Also wenn's im Weltraum bei uns auch so aussieht, dann, ja, tut's mir leid. Mann, ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ich weiß nicht. Soll ich hin. Ich weiß nicht. 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 Ich hab keine Ahnung. Das Spiel ist irgendwie verwirrender. Ich kann drücken, was ich will. Es kommt keine Anzeige, wo ich hin soll. Das war immer in den anderen Teilen super, weil ich dann wusste, wo ich hin soll. Hier weiß ich es nicht. Weil es mir nicht angezeigt wird. Die Kroeli erkunden. Was ist denn... Wo ist die denn? Die Terra Nova erreichen. Wie sieht die denn aus? Mich zwischen den Schiffen bewegen. Ja, schön. Was für Schiffe, bitte. Das muss ja hier irgendwo einen Eingang geben. Du kannst die Schiffe nur mit dem Schiff erreichen. Hä? Was? Wie jetzt? Was für ein Schiff? Welches Schiff? Oh, ist doch kacke. Ich geh gleich wieder rein. Das ist mir zu blöd. So ohne Wegbeschreibung ist doch kacke. Wie soll man denn hier wissen, was wir machen sollen? Oh, ja, natürlich. Würdest du mich jetzt hier nerven, hier. Böse. Hm. Ja. Ich geh zurück. Oder ich flieg zurück. Keine Ahnung, wo ich hin soll. Da stand da was von Navigieren. Ja, aber irgendwie funktioniert's nicht. Diese Knöpfe, die ich drücke, gehen nicht. Und ja, ich drück den richtigen Knopf. Sind die gleichen Knöpfe wie in den anderen Teil. Und das hab ich ja am Anfang gemacht und dann ging's auf einmal gar nicht mehr. I don't know. Wir sterben gleich. Wir sterben gleich. Wir sterben.